Liebe Forever-Freunde, es ist wieder soweit. Die Weihnachtszeit ist da und wir vom Forever-Team möchten uns bei euch allen recht herzlich bedanken für dieses wunderschöne Jahr, was wir zusammen mit sehr viel Leidenschaft, mit einem tollen Ergebnis, mit neuen Vertriebspartnern, die wir zu Forever gebracht haben, einfach gemeinsam feiern. Danke für all die Unterstützung, die ihr uns gegeben habt, danke für das Vertrauen, das ihr uns geschenkt habt, danke für die Leidenschaft, die ihr jeden Tag in das Forever-Geschäft investiert habt. Und wir freuen uns natürlich auf das nächste Jahr, auf das Jahr 2016, aber jetzt ist es Zeit, einfach diese tolle Zeit, diese Weihnachtszeit gemeinsam zu genießen. Und deshalb möchte das Forever-Team euch allen wünschen, Frohe Weihnachten! Cheers! Cheers! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020